Hallo meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zum Eisenbahn S-Bahn Zug Simulator 2018 und wir müssen jetzt die Türen schließen und damit ein herzliches Willkommen zurück lieber Fahrgast, ja dann nehme ich euch mal mit auf eine Fahrt, wenn denn dieser Hebel mal hier, ja ich habe noch die Türen verriegelt Nächster Halt ist Leipzig Markt, ja um 8.20 Uhr soll man da sein, wir haben aber schon 8.20 Uhr, das wird diesmal richtig spät, meine Fresse naja, können wir dann nichts machen so und bremsen, oh wir sind übers Eiler Boah, voll 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 drüber, das auch noch Zielvorgabe erfüllt, ja ja ja, ich bin doch im Tunnel ich kann die Türen ja nicht entriegeln, ich bin im Tunnel drin na jetzt geht das mal wieder nicht hallo und macht doch hier den Rückwärtsgang einlegen, alter 먹어 her hallo und und diese ja hatte signal überfahren das habe ich ja auch gemerkt kann diesmal aber ziemlich spät gut dann würde ich mal sagen dass ich das war jetzt wieder neu laden die eine station davor das mal gucken wenn der gleich wieder anfängt stadtdurchfahrt da war spiel wieder aufnehmen das eine war ja gespeichert aber ich gehe mal ins menü was so komisch dann kann man den spielstand die man da gespeichert hat nicht laden oder was zuletzt gespeichert da 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 london können wir auch fahren das können wir ja mal machen ja im moment habe ich diese s-bahn hier gut fängt er doch da wieder an wo man da muss man kurz das menü und dann naja gut so türen verriegeln ach man so ist aber kommen so immer langsamer werden langsamer langsamer pumpen Aha, ich bin in den Regen. Ja, helft mir. Linkes Fenster? Weniger. Aha. Fahrt doch einfach los mit dem Hebel mal nach vorne mache. Ah, jetzt fahrt er. Mann, Mann, Mann. Äh, neun, nach vorne. So. Nächster Halt Leipzig Wilhelm Leuchner Platz. Ja, leider hat dieser Zug jetzt, ja, bis wir da ankommen, denke ich mal so um die zwei Minuten Verspätung. Wir bitten die zu eng. Oh, meine Damen und Herren, die Fahrgäste. Oh, weia. Bremse, Bremse, Bremse. So. 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 Dum, 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 dum. Lass mal sehen. Ups. Ich bin hier fast im Tunnel, aber es geht noch. Jawohl. Ich habe ja auch einen langen Zug und dann muss ich halt eben hier halten. So. Nicht wahr, meine Damen und Herren? Keine Geduld. Frechheit. Und wir verregeln die Tür. Und fahren weiter. Ja. Fahren weiter. Ja. Weiter weiter. Na. Alter. Warte. Mann. Das gibt's nicht. Warte. Puh... Was ist denn hier mit dem Hummus im Hebel? da wir haben hätte ich achte ich muss wieder brennen sein so ach ja wir haben diesmal ganz schön Verspätung aber naja wir sind hier so kleine Strecke nur da kann man nicht viel wieder gut machen ach ja da 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 so Tür zu nein alles rum wieso kannst du nicht mal fahren Mann ey so jetzt geht es wieder komisch komisch wir sind zu spät wir sind viel zu spät aber egal wir kommen jetzt da unten raus und halt dann hier oben ein noch 600 Meter es ist immer noch Nebel in der Früh um 8.30 Uhr da gleich in der Früh so klar ja so die rechte Seite öffnen das ist meine Bahn mit der bin ich gerade gefahren so da so Tür zu Tür zu und weiter gehts oder auch nicht kann doch nicht wahr sein aber ja, wieso geht das nicht? ". So. Eieieiei? Diesmal sind wir richtig spät dran. Naja egal. Okay Leute. Am nächsten Bahnhof mache ich erstmal Schluss für heute. denn ja ich muss ins Bett, ich bin müde, es ist gleich 10 nach 2, mitten in der Nacht, hu hu hu, 2 Uhr 8, ja, ei ei ei, so, an diesem Bahnhof dann machen wir erstmal Schlussfolgerung, ich hoffe die Fahrt hat trotzdem gefallen, auch wenn wir diesmal ein bisschen Tann hatten irgendwie, aber egal, und ja, trotzdem hoffe ich, dass du das nächste Mal wieder mitfährst und wenn ja, dann kauf dir eine schöne Fahrkarte, genau, so, Alter, wir müssen wieder bremsen, denn wir haben über 100 Sachen drauf und noch 700 m vor uns, so, ne, ne, Oh, zu viel, es war zu viel, äh, bis auch mir klar, machen wir uns einfach mal, wenn ihr das so seht, äh, hallo, ja, äh, guten Tag, Leute, die Fahrkarten bitte, so, verhaufte zu und so weiter, ja, keine Ahnung, äh, na gut, dann speichert das einfach mal aus, sagt dann, bis zum nächsten Mal, danke, dass du dabei warst und, äh, es gab ein Problem, aber zweichert im Moment, so, dann, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, bei, 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 und verpasst den Zug dann nicht, tschüss.